Das ist ein Stück, das wir zusammen tanzen. Männliche Duo, Pas de Deux. Und das ist auf einem bekannten Song von Frank Sinatra, Paul Anker, My Way. Und ich glaube, die Hauptidee ist, dass eigentlich jeder von uns beide, also jeder geht seinen eigenen Weg. Am Ende trennen wir uns ja. Und so wird es auch im Leben sein, also als Vater und Sohn. Denn ich mache jetzt mein Abitur und in einem halben Jahr werde ich wahrscheinlich von zu Hause wegziehen. Und das ist sozusagen eine Trennung. Und wir nähern uns an, wir gehen auseinander und letztendlich trennen wir uns. Und das ist eine Trennung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Then he has not to say the things he truly feels And not the words of one who kneels The record shows I took the blows and did it my way Yes, it was my way I took the blows and did it my way I took the blows and did it my way Untertitelung des ZDF, 2020